Ich habe keine in andere Städte geschickt. Hier ist einer und die anderen 21. Das ist mysteriös. Das ist tatsächlich etwas komisch, wo sind die ganzen Autos? Gucke ich später nochmal. So hier ist alles gut, obwohl ich null Einwohner habe. Ein Tourist wartet auf Abfahrt oder Abflug. Soll ich hier ein bisschen Wohngebiet bauen? Die Touristenkarte. Das muss ich natürlich erstmal alles entwickeln. Okay, das sollte ich auch gleich geschafft haben. Dann knall ich hier ein Casino nach dem anderen hin. Ich kann ja schon mal die Straßen dafür verlegen. Schade, das geht nicht. 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 Haltestellen nicht vergessen. Komplett hier. Schade, das geht nicht. Schade, das geht nicht. Schade, das geht nicht. So, gleich geschafft. Schade, das geht nicht. Schade, das geht nicht. Schade, das geht nicht. Die Polizei. Einen Wagen fährt darum. Also da ist irgendwas... Nicht in Ordnung. das sieht man schon alleine daran dass nur hier dies bläuliche ist bei 22 Streifenwagen müsste schon hier so einiges bläulich sein da waren es zwei okay das war der Hubschrauber ich brauche hier einfach nochmal eine Polizeiwache so schauen wir hier mal fährt da was ab acht Streifenwagen hier scheint es zu funktionieren ist das vielleicht so ein Bug wie es bei der Feuerwache gab dass die Feuerwehrwagen nicht auswirken oder ne stimmt bei der Feuerwache war es so da stand auch alle Wagen im Einsatz aber die waren komplett verschwunden die Feuerwehrwagen nicht auswirken na gut schaue ich später vorbei die Feuerwehrwagen nicht auswirken die Feuerwehrwagen nicht auswirken die Feuerwehrwagen nicht auswirken so ist müsste ich doch noch noch nicht ganz noch nicht ganz hier meine Lieblingsgebäude diese dicken Motels hier yeah überall Motels die großen hier sind nicht mehr so mein Ding ich stehe eher so auf dem Plan ich stehe eher so auf dem Plan wahrscheinlich muss ich noch ein zweites Casino bauen aber eins sollte reichen passagiere fahren außerhalb drei okay ich brauche mal eine Schule wieder Halt die Stellen für die Schulbusse nicht vergessen. So direkt hier bei der Schule, ihr müsst gar nicht weit laufen. Ja, das habe ich schon befürchtet, dass sich das da oben staut, da werde ich wohl gleich hier eine Verbindung schaffen müssen. Okay. Okay. ... ... ... ... ... Parks lasse ich erstmal weg. F7 zeigt... ... zeigt viel Rot. Das bekomme ich ein bisschen weggedrückt. Mit dem Bürgermeisterhaus. Mit Parks bekomme ich das noch mehr weggedrückt. Da habt ihr es gerade gesehen. Ok, ich nehme doch mal ein paar Parks dazu. Damit ich auch die hohe... ...einkommensschicht der Touristen hier mit Läden versorgen kann. ... 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